Alle Spiele der DEL live auf Telekom Sport. Der Torschütze in der Mitte, Müller, Müller und Tor! Nöbels mit dem Überblick, Assist, genau aufgelegt für Müller, der ab in den Quick. 2 zu 0, Berlin. Da hat das Backchecking der Pink Nuhins nicht funktioniert. 22. Minute. Fischi hat den Puck gut abgefangen in der eigenen Hälfte. Der ist dann zum Nöbi gegangen. Ich bin als dritter Mal mitgelaufen. Nöbi hat abgelegt. Dann wollte ich den Puck einfach nur zum Tor bringen. Und dann war er zum Glück dran. Es war ein sehr durchwachsenes Spiel. Bremerhaven hatte gute Chancen. Im zweiten Drittel hatten wir echt ein paar Hänger drin. Da war es gut, dass wir Petri im Tor hatten. Der hat uns heute echt im Spiel gehalten. Wir haben jetzt morgen einen Tag frei nach der Busfahrt. Wir treffen uns Freitagmorgen wieder zum Training. Und dann geht es weiter. Menu neuro quedchen. Wir beginnen auch mit dem grave auf den Menschen raidenzierung. Ein rejoin said. Nein? Es sollte ein neuer Schmerz dazu geben.